Der Sommer fährt weiterhin Achterbahn, damit hallo zum Wetter von wetter.net. Nach einem sommerlichen vergangenen Wochenende kommt jetzt zur Wochenmitte der Temperatursturz. Es wird deutlich kühler und es bleibt weiterhin wechselhaft, aber die gute Nachricht, zum Wochenende geht's wieder aufwärts. Die warme Sommerluft, das Badewetter, das liegt im Moment weiterhin hier am Mittelmeerraum. Hier sind Werte um die 35 Grad und viel Sonnenschein zu finden. Wer also jetzt in den Ferien verreisen mag und Badewetter sucht, der sollte Richtung Mittelmeer reisen. Bei uns deutlich wechselhafter und auch kühler und besonders auch nass an den Alpen, da herrscht ja Daueregen. Und diese Sache, die ist noch nicht ausgestanden, dieser verstärkt sich wieder und zieht auch in den Osten von Deutschland. Daher heute, besonders hier im Südosten und auch im Osten, viele dichte Wolken. Regen ansonsten, aber auch nur etwas Sonne zwischen den Wolken mit Schauern und auch einzelnen Gewittern. Am freundlichsten wohl hier Richtung Küsten. Die Temperaturen 14 Grad in den Alpentälern und hier in Brandenburg sind nochmal bis zu 25 Grad möglich. Und dann verstärkt sich ja der Daueregen wieder und zieht auch hier in den Osten von Deutschland. Das sind die Niederschlagsmengen bis Freitag früh. Also hier lila und dunkelblau, das bedeutet kräftiger Regen. Da kann einiges zusammenkommen. Schauen wir uns die nächsten Tage an. Am Donnerstag der Temperatur Tiefpunkt mit 13 bis 21 Grad. Dabei eben vor allem im Osten und Südosten nass. Weiter nach Nordwesten etwas freundlicher. Am Freitag 14 bis 21 Grad immer noch recht kühl, aber vor allem hier nach Südosten hin noch einige Wolken mit Schauern. Nach Nordwesten freundlicher. Und am Samstag zum Wochenendbeginn, da geht es dann aufwärts. Auch mit den Temperaturen bis zu 25 Grad und auch häufiger Sonnenschein, nur noch wenige Schauer. Und schauen wir noch weiter in den Sonntag. Da sind dann schon bis zu 28 Grad möglich. Viel Sonnenschein, nur im Nordwesten dann einzelne Schauer und Gewitter. Das am Montag dann etwas häufiger bei bis zu 27 Grad und auch am Dienstag bleibt es mit bis zu 28 Grad. Zumindest leicht sommerlich mit Sonnenschein und nur einzelnen Schauern. Mit diesen Aussichten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis Freitag.